Uli ist ein Visionärer. Er ist ein toller Freund. Er ist Jäger, Sammler, Denker. Es ist nicht egal, wie famous ich bin, er ist der Maker. Er ist der most respectful Chinese artist, collector und mentor der contemporary Chinese Artists. Er ist ein brudelnder Vulkan. Er wirkt so ruhig, aber hat ein hohes Aktivitätslevel. Uli Sik brachte Technologie, die man in China zu jener Zeit wirklich dringend brauchte. Und ich habe alles an das gesetzt. Erstens Joint Venture und Modellcharakter. Der Bundesrat Gotti gefragt hat, ob wir Botschafter sind in China. Und ich habe gedacht, wieso China? Ich habe unbedingt einen anderen Zugang wollen zu der chinesischen Realität. Und das habe ich mir versprochen von der zeitgenössischen chinesischen Kunst. Und ich habe nicht so viele Orte Denn in der Zeit, niemand wusste, dass eine große Art in einem anderen Teil der Welt existiert. Und was das Art look like? Wu Li hat gesagt, dass ein Tag, mein collection sollte nach China zurückkommen. So, ich contacte ihn. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung.